Neuer 4Guys Shop. Und zwar sind wir diesmal Weltmeister, haben ein Aquarium als Oberteil, Klärrend, das ist die Farbe, Slash-Eis, das Muster, T-Shirt und Sprenge. Gut, jetzt schauen wir mal, was sich oben geändert hat, bei den Angeboten. Eingepackt. Ja, entweder mit Geschenkpapier oder Krawatten, du bist eingepackt. Witzig. Das gilt natürlich auch für das Unterteil, eingepackt. Und eingepackt gibt es für 7000 Kudos jeweils. Legendär ist Gletscher als Farbe. Ja, 2 Kronen. Ja. Wenn euch das gefällt, kauft es. Wenn nicht, dann wartet ab bis zum nächsten Fallguys Shop, der auch hier gezeigt wird. Bis dahin. Sag ich, ciao, ciao. Ciao.